Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, etwas speziellerem Video und zwar der Luzi und ich, wir durften auf der Gamescom 2018 bei Techland zu Besuch sein und schon mal im Voraus Dying Light Bad Blood anspielen. Nein, Bad Blood ist quasi ein Battle Royale und ja, bevor jetzt jeder wieder rummault, es ist ein Battle Royale Titel, aber ich finde ein besserer als PUBG oder Fortnite, weil Dying Light Bad Blood ist nur mit zwölf Spielern und man muss trotzdem noch gegen Infizierte kämpfen. Das ist der Unterschied und ich erzähle euch ein bisschen mehr über das Spiel. Wir schauen uns auch ein paar Videosequenzen an, weil ich durfte nämlich aufnehmen beim Probespielen dort und da währenddessen wir das anschauen, erkläre ich so das eine oder andere zum Spiel. Also, bis gleich. So, da geht's auch schon los. Wir durften nur den normalen Modus spielen und da sieht man schon, wir sollen Waffen finden. Wir müssen diese Zombie-Hypes einsammeln quasi, unsere Spiele eliminieren und dann werden wir als viertes evakuiert. Genau. So ging's schon mal los. Das Ende, der Anfang war erstmal ein bisschen zum Reinkommen, zum Erkunden quasi, so steuerungsmäßig, was es für Waffen gibt und alles ein bisschen noch Tutorial, sag ich mal. Und, äh, ja, da bin ich ziemlich abgenubt. Ich musste mich erst wirklich in dieses Spiel reinfinden. Das war für mich ja noch schon komplett neu. Okay. Äh, und dann auch so unter Druck dann erstmal die Steuerung an einem Controller. Ah, ne, das war PC gewesen. Das war mit Maus und Tastatur. Genau, da sieht man schon, man kann, äh, auch kicken. Das ist quasi... Oh, da hab ich gut eingesteckt. Hat er den Schlitzer gehabt, da? Dieses Schlitzmisser. Oh, da hat er einmal... Oh, der hat gut kassiert. So, das war aber jetzt... In dem Container war er, äh, Safe Zone. Oh, oh, kacke. Oh, shit. Da musste ich flüchten. Schön zerfleischt. Dann wurde ich zerfleischt. Und da startet schon die zweite Runde. So, diesmal hab ich das gesteilige Melonenschlitzermesser gefunden. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch klinge oder ein bisschen nasal spreche. Ich hab wirklich Halsschmerzen. Mir fällt's auch echt schwer zu sprechen. Ich hab von der Gamescom erstmal eine schöne Erkältung mitgebracht, die sich jetzt langsam in mir einschleicht. Finde ich, äh, supergeil. So, guck, das geht... Oh, guck mal. Das geht schon viel besser. Und da hab ich sogar auch schon, äh, in der Runde meinen ersten Kinn gemacht. Juhu. Da war ich ziemlich glücklich. Und der war eigentlich nur auf K. Keine Ahnung. Er hat Steuerung angeguckt. Das war sein Verhängnis. Oder das wurde ihm zu Verhängnis, besser gesagt. Ja, nochmal schön kicken üben. Äh, das waren jetzt erstmal nur so ein paar Trainingsrunden. Also, äh, nach der Runde... Hier ist noch der Countdown. So, und jetzt... geht's richtig los. Jetzt... kommt... Da hab ich auch schon ein Helikopter. Jetzt kommt die richtige Runde. Okay. Da sieht man... ...eigentlich gut, was das Spiel so kann. Es ist wirklich... Es spielt sich eigentlich genauso wie Dying Light. Äh, nur einfach im Battle Royale-Modus. Äh, und apropos Battle Royale. Wir hatten ja auch ein... ...ein Interview mit Daisy. Und dann hab ich auch eine lustige Frage gestellt. Bezüglich eines Battle Royale. Seht ihr aber dann im Interview. Im Video. Falls es nicht schon draußen ist. Aber ich glaube doch nicht. So, dann sieht man schon, die Zombies... ...haben... ...geile Waffensounds. Zum Altsangreifen. Bam! Rübe weg. So, jetzt muss ich, äh... ...seht man ja oben rechts, ähm... ...die... ...Aufgaben. Also wir müssen auf jeden Fall diese Hives... ...diese Zombiestöcke... ...muss man, äh... ...aufsammeln. Oh, da hören wir was Dickes. Das war eine, äh... ...Regular Hive. Ähm... ...der war für mich als... ...Spieler, als neuer Spieler... ...viel zu schwer. Ich wusste gar nicht, wie ich diesen dicken Brocken da... ...aushebeln sollte. Mhm, mhm. Bam. Dann habe ich jetzt irgendwie mal was gesucht. Hier, da waren übelst nice Waffen. Was ich mich noch frage... ...das habe ich vergessen zu fragen... ...ob es auch Schusswaffen gibt überhaupt. Bis jetzt habe ich nur Melee-Waffen gesehen. Also Schwerter, Hämmer... ...Äh... ...Äxte... ...Sicheln... ...was weiß ich. Und was man nicht vergessen darf... ...es waren jetzt auch um mich herum... ...waren auch zwölf Spieler. Also da könnte... ...es könnte mich jederzeit... ...an andere Spieler angreifen... ...und mich abschnitzeln. Und wir müssen halt nebenbei... ...auch diese Hives sammeln, ne? Ja, und da war ich ein bisschen hilflos. Ich wusste nicht so ganz... ...wie gehe ich da jetzt vor? Wie greife ich da jetzt an? Ich hatte auf jeden Fall... ...irgendwas zum Werfen. Ich wusste aber nicht so ganz... ...wie ich jetzt... ...ähm... ...mit der Steuerung das machen soll. Das wird nicht so ganz erklärt. Beziehungsweise doch, aber... ...ich war zu blöd in dem Moment. Wenn du da im Raum sitzt... ...von... ...24 Leuten. Oh. Abfackeln. Oh, super. Da hatte ich rausgefunden... ...wie das funktioniert. Ja, und jetzt fehlt mir noch... ...die Dickmops. Der dicke Dickmops. Wenn man da so ein Teil abgekriegt hat... ...do, das war echt nicht schön. Und da wurde schon jemand getötet. Ich glaube, das war sogar Luzi an der Stelle. Und ich habe auf jeden Fall... ...länger überlebt als Luzi. Ja. Da... ...dachte ich mal, komm... ...prübe drauf. Aber... ...das hat ihn natürlich überhaupt nicht interessiert. Der dachte sich, hat mich da eine Fliege gekratzt? Da ist eine Fliege auf mir gelandet. Aber so steuerungsmäßig und bewegungsmäßig... ...kam ich super voran. Also... ...das hat sich super smooth gespielt, das Ganze. Oh, eine Granate. Oh, und der nächste ist down. So, das war leider veräumt. Da habe ich einfach versucht, direkt reinzugehen. Die Sau. Aber es hat nichts gebracht. Der war viel zu stark für mich. Und irgendwann habe ich dann gesagt, glaube ich... ...ich hau ab. Einmal habe ich es auch probiert. Und dann weg. Weg damit. Aber er hatte schon ein bisschen Schaden eingesteckt. Ah, da hätte ich weiter rumlaufen sollen. Aber ich habe dann gesagt, nee, das ist es mir jetzt nicht wert. Ich hau ab. Was ich auch nicht wusste, wie man sich heilt, so. Warm habe ich die Schälle kassiert. Oh, da war ich fast down. Ich musste wirklich weg schnell. Ja, da wusste ich wirklich nicht, wie ich mich heilen konnte. Oder ob es da irgendeine Medikits gibt. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich jetzt gedacht, komm. Läufst du mal weiter. Gucken wir mal, ob wir mal einen Spieler finden. Man heilt quasi, ich glaube, wenn man unter 25 ist, automatisch bis 25 voll. Oh, das war mein größter Fehler. Da dachte ich, ach, guck mal. Die greife ich mal an. Aber das war eine sehr, sehr schlechte Idee, wie man sieht. Mhm. Mal gucken, ob es kleinen Kali noch schafft. Boah, der hat jetzt gesehen, der hat irgendwas geworfen. So ein Stern, so ein Wurzstern. Guck mal, was für flinke Bieste das waren. Und zack, war die Kali down. So ein Scheiß. Dying Light ist ein schnelles, brutales Online-Spiel, das PvP und PvE-Kämpfe kreativ miteinander verbindet und gleichzeitig natürlich den Kern des legendären Gameplays von Dying Light bewahrt, bewahrt, wie man schon gesehen hat. Also man kann auch dieses Kicken, wo man im normalen Dying Light-Spiel auch hat. Und das, 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 das Motto von dem Spiel quasi ist, 12 comes in and one comes out. Also, kann man sich ja schon mal drauf einstellen, was es zu bedeuten hat. Die Regeln sind eigentlich total simpel. Es werden zwölf Spieler in ein zombie-verseuchtes Gebiet geworfen. Jeder von uns hat das gleiche Ziel, als einziger Überlebender evakuiert zu werden quasi. Das, was ich nicht verstanden habe, um für den Platz aus dem Extraktionshelikopter zu bezahlen, musst du Blutproben aus den Hives und den Infizierten entnehmen. Diesen Satz habe ich nicht ganz verstanden. Wie wir da bezahlt haben, keine Ahnung. Man muss auf jeden Fall nach Waffen suchen, Zombie-Hives ausfindig machen und auch vernichten und aufleveln. Quasi, wenn wir einen Zombie-Hive extrahieren, das sehen wir auch noch mal gleich im Gameplay, da können wir quasi leveln. Gut, dann haben wir noch... Es wird auf PC, PS4 und Xbox erscheinen. Und was das Beste ist, es ist ein Free-to-Play-Titel. Das heißt, man kann nicht den Fehler machen, um wieder 30 oder 40 Euro für ein Spiel zu bezahlen, welches dann... Naja, gut. Wissen wir ja. Der Early Access startet im September 2018. Ja, es ist ein Early Access Game, aber wenn das der Early Access ist, den wir auf PC schon Probe spielen durften, dann sieht das Game schon ziemlich, ziemlich stabil aus für eine Early Access. Das kann ich schon mal sagen und versprechen. Das Spiel erscheint erst mal nur auf Englisch und im Laufe der nächsten Monate werden immer mehr Sprachen im Laufe halt so dazukommen. Und das Beste ist, man braucht dazu kein Dying Light, also kein Hauptgame besitzen. Das Bad Blood ist quasi ein eigenes Spiel. In der Infobeschreibung habe ich die Systemanforderungen reingestellt. Da könnt ihr schon mal schauen, ob euer PC es überhaupt packt und natürlich die Internetseite. Äh, ja. Sonst eigentlich bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns jetzt den... unser Dingens, ne? Mein epischer Kampf zu Ende an. Ja, ja. 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 Ja, ja.